Musik Dieses ist eine historische Chance, Berlin sozusagen ein neues Gesicht zu geben. Die Zeit ist kurz. Man muss zeigen in 20 Minuten, oder wie viel die Jury gibt. Und du bist aus, oder? Du machst eine Karriere. Die AfD steht immer so im Bereich zwischen 13 und 16 Prozent. Wir kommen nicht darüber hinaus. Ist das beabsichtigt, das alles aufzeichnen zu lassen? Ich weiß nicht, also wenn das in 2022, 2023 erscheint, ich glaube, dann haben wir da ein großes Problem weniger. Ich glaube nicht, es ist eine gute Idee, mit der Krankheit zu treffen. Ich kann ihnen was sie wollen. Man kann es ja nicht ohnehin machen. Ich kann nie sagen, dass ich mich entschuldige, was ich getan habe, weil das Wort nicht stark genug ist. Du willst den Person von der Bollung des Herzens vergessen, aber es ist schwer zu sagen. Es ist schwer. Ich kann es nicht mehr, weil 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 es nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020